Ella endlich 18. Juni 1984 als Jacqueline Cebisch in Weimar, ist eine deutsche Musical, Pop- und Schlagersängerin. Ende der 1990er Jahre hatte sie als Teenies-Tayuni-Atschad-Erfolge. 2009 wurden sie mit Küss mich, Halt mich, Lieb mich nach der Titelmelodie aus dem Film Drei Haselnüsse für Aschenbrödel bekannt. Leben Der Komponist und Produzent Norbert endlich ist ihr Vater, ihm folgte sie mit ihrer Mutter 1989 von Weimar nach West-Berlin. Im Alter von zehn Jahren sang sie erstmals in den Hansa-Tonstudios und wurde als Backgroundsängerin in der ZDF-Hitparade engagiert. Während ihrer Schulzeit erhielt sie Gesangs- und Tanzunterricht, außerdem filmte sie mit eigener Choreografie verschiedene Videos in Los Angeles, Miami und London für den Popsender Viva. Am 18. Juni 1998, an ihrem 14. Geburtstag, unterzeichnete sie ihren ersten Plattenvertrag bei Columbia Records. Mit Bezug auf dieses Datum und den Monat ihrer Geburt wählte sie Junia als Künstlernamen. Ihre erste Single It's Funny kam 1999 auf den Markt und erreichte Platz 17 in den deutschen Single Charts und Platz 21 in der Schweiz. Der folgende Titel My Guy erreichte Platz 54 der Charts, die dritte Single Who's The Other Woman blieb in den hinteren Plätzen der Top 100, während der vierte und letzte Song Skater Boy, 2000, keine Platzierung erreichen konnte. In der Zeit war sie Gast bei Viva, der Dom und in der Harald-Schmidt-Show. Sie nahm noch während der Teenie-Pop-Karriere 2001 eine Studienvorbereitende Ausbildung im Fachmusical am Musicalstudio Neukölln auf und beendete die Realschule, um ab Oktober 2001 an der Bayerischen Theaterakademie August-Everding in München zu studieren. Während ihres Studiums wirkte sie in Kander-Apps and the World Goes Round mit, ferner gehörte sie 2001 und 2002 zum Ensemble der Bregenzer Festspielproduktionen von La Boheme und West Side Story. In City of Angels war sie im Prinzregenten Theater München und im Theater Erfurt zu sehen. Das Vorstudium legte sie in klassischem Gesang ab und gab ab diesem Zeitpunkt selber Gesangsunterricht. 2005 erhielt sie ihr Diplom im Fachmusical an der Bayerischen Theaterakademie. Von 2005 bis 2009 spielte sie in den Musicals Heidi als Tinette, Sweet Charity als Betsy, Gris als Sandy, Prinzessin Lillifee und Der Zauber der Rose als Lillifee. Bei Best of Musicals war sie in verschiedenen Rollen zu sehen. Im Altona Theater in Hamburg spielte sie die Hermine in dem Theaterstück der Steppenwolf nach Armenhesse. Weitere komödiantische Theaterstücke folgten, so Sylt, ein Irrtum Gottes, An den Hamburger Kammerspielen und Bauch, Beine, Po von Dietmar Löffler. Unter dem Namen Ella endlich veröffentlichte sie im November 2009 den Song Küss mich, Halt mich, Lieb mich. Ihre deutschsprachige Interpretation zur Filmmusik von drei Haselnüsse für Aschenbrödel des Komponisten Karells vor Borda war die erste, die von den Erben autorisiert wurde. Das Lied erreichte Platz 12 der deutschen Charts. Die Single wurde mit der goldenen Schallplatte ausgezeichnet, und endlich trat damit in diversen deutschen Fernsehsendungen auf. 2010 erschien ihr erstes Album als Ella endlich, da, das Platz 53 der deutschen Hitparade erreichte. Im Oktober 2011 veröffentlichte sie ihr zweites Album meilenweit, es belegte Platz 94 der Charts. 2012 erschien eine EP mit dem Titel Wintercollage. Ende 2014 wechselte sie Plattenfirma, Management und Produzenten. 2016 erschien das Album Träume auf Asphalt über Universal. Im Februar 2016 nahm sie mit dem Lied Adrenalin an der deutschen Vorentscheidung zum Juro-Wern-Song-Contest 2016 teil. Endlich war Juro-Rin in der 15. Staffel von Deutschland sucht den Superstar, die vom 3. Januar bis zum 5. Mai 2018 ausgestrahlt wurde. 2019 nimmt sie an der 12. Staffel der RTL-Danzshow letztendienst.